Immer voll dabei! Mit Mini-Charging haben Sie unterwegs Zugriff auf eines der größten Ladenetze Europas. Mit der Mini-Charging-Card oder der Mini-App können Sie sich an den öffentlichen Ladestationen authentifizieren und Ihren elektrischen Mini aufladen. Die Eröffnung Ihres Mini-Charging-Kontos geht super einfach. Die Mini-Charging-Card bekommen Sie zusammen mit Ihrem Mini-Cooper SE oder Mini-Countryman-Plug-in-Hybrid. Starten Sie Ihre Registrierung einfach über die Mini-App. Klicken Sie, wenn Sie sich mit Ihrer Mini-ID eingeloggt und Ihren Mini verbunden haben, auf Mini-Charging-Konto. Klicken Sie auf Ladevertrag abschließen, um zur Mini-Charging-Registrierung zu gelangen. Mit Ihrer Bestätigung werden Ihre vorhandenen Basisdaten übernommen. Bereit für die Erstellung Ihres Mini-Charging-Profils. Ihr Mini wird automatisch erkannt und Ihre Berechtigung für Sonderangebote geprüft. Zeit, Ihren Tarif zu wählen. Mit dem Active-Tarif warten auf Sie exklusive und transparente AC- und DC-Ladefestpreise. Mit Ihrem neuen Mini-Cooper SE profitieren Sie von den attraktiven Preisen, ohne in den ersten zwölf Monaten eine Grundgebühr zu bezahlen. Unschlagbares Angebot. Wählen Sie Ihren passenden Wunschtarif und ergänzen Sie Ihre persönlichen Daten. Klicken Sie auf Weiter, bestimmen Sie die Art Ihres Kundenkontos und geben Sie Ihre gewünschte Zahlungsmethode an. Jetzt können Sie Ihre Mini-Charging-Card aktivieren. Geben Sie dafür die Kartennummer auf der Rückseite Ihrer Mini-Charging-Card in der Registrierung ein. Prüfen Sie abschließend Ihre angegebenen Daten und bestätigen Sie den Vertragsabschluss. Eine gute Stunde nach erfolgreicher Aktivierung können Sie Ihre Mini-Charging-Card oder Mini-App bereits an vielen öffentlichen Ladestationen grenzübergreifend nutzen. Nach 24 Stunden sind alle Mini-Charging-Ladepunkte über ganz Europa hinweg verfügbar. Übrigens, wenn Sie jetzt auf das Mini-Charging-Konto in Ihrer Mini-App klicken, haben Sie von nun an auf einen Blick eine Übersicht Ihrer öffentlichen Ladedaten. Schauen Sie mal rein. Sehen Sie sich weitere How-To-Videos an, um alle Vorzüge Ihres Mini kennenzulernen.